Einen monatlichen Montag und herzlich willkommen zu diesem weiteren Let's Play auf diesem Kanal. Ja, mit der lieben Penny hatten wir ja letzte Folge ein Problemchen. Sie hat den Lieferant einfach mal random draußen stehen lassen, weil sie einfach mal Lust dazu hatte. Und jetzt liegt sie hier im Bett und schläft mit, ja, läuft bei dir, offenen Augen, aber egal, ich würde sagen, ja, start, also schlaf mal ein bisschen schneller. Ja, danach kannst du die Schmerzen aufwischen. Kannst du das reparieren, ne? Ja, ich hab nur gedacht, dass wir heute mal ein bisschen mit ihr losgehen, also ins Schwimmbad oder so, wo andere hin sind, dass sie auch einen Freund kriegt. Und ja, so, hör auf zu schlafen, mach das mal, danach kannst du dir, ähm, zum Mittagessen, mach mir mal ein Sandwich. Und ja, die Woche kam leider nicht, also am Montag und Montag kam halt nicht, weil ich dafür keine Zeit hatte, wenn ihr euch gerade fragt, welchen Programm ich kann aufnehmen. Es ist OBS, ich hab den jetzt doch draufgekriegt, aber das macht nix. So, ja, du machst da gerade ein bisschen weg. So, ich guck mal schneller. Ja, kann ich gut nutzen. Ups, äh, musst du heute arbeiten, ob ich das Problem arbeiten muss. Äh, 22 Uhr, ja, da haben wir ja auch Zeit. Ja? Äh. Kannst du anrufen? Taxi rufen. Wollen wir mal ein bisschen schneller, dass das ja mal ein bisschen schneller vorangeht. Ja, so, wie schon gesagt, kam kaum was. Mir ist aufgefallen, ähm, ich werde in der nächsten Folge, oder keine Ahnung wann, weil wir die komplette Küche entfernen, eine neue hinmachen. Und vielleicht hatte ich auch vor, Mahlzeit, hier eine Treppe hinzumachen, dass wir auch noch ein Oberbeschoss haben. Und ja, ja, komm, äh, es schneller. So, kannst du Pipi machen. Also, ja, Umgebung, wir gehen ja gleich. Ne, wir gehen gleich nicht schwimmen, wir gehen nicht in die Einkaufsmeile. Geld haben wir 1674 Simmonions. Ich hatte auch vor, in dem Haus hier drüben Holzweg 35 an Zim einziehen zu lassen. Und, ja, also, dass ich hier halt ein Zimmer einziehen lasse. Jetzt ja, wo der Taxi nicht da ist, kannst du hier mal eben, ja, genau, spül das mal an. Ressung haben wir noch nicht, ähm. Ja, ähm, ja, achso, höhensichtigen Hauptstraße, ne, das war genau da hin. Obwohl das da gleich ist, Waldpark. Da ist das Schwimmbad und, doch, wir gehen einfach da hin jetzt. Ne. Oh, musstest du die jetzt anmachen? Ja, egal. So. Ja, ja, ich bin ja schon da. Ähm, ja, ich hatte letztens ein Live-Stream gemacht mit dem Community-Projekt. Das sollte eigentlich ein 100-Abo-Special werden. Aber, ähm, war nicht so geplant, wie ich gedacht hab, das war aber auch meine Schuld, dass ich zu spät Bescheid gesagt hab und, auf Deutsch gesagt, zu früh, äh, ins Film gestartet hatte. Weil die meisten waren von euch in eurer Schule und so, möchtest du machen? Was ist das? Oh, blöd. Theke, so. Spaß. Dann kannst du hier mal spielen. Ja, oder beobachte für, yo, wer ist das? Ich möchte gerne wissen, wer du bist. Danke. Maxime. Soll ich mit Schwung kaufen? Aber hier ist auch nicht gerade viel los. Es rückt ein wenig. Aber den Automaten dort zu gerne mal stehen lassen. Ja, läuft, ja. So, ähm. Spaß als Freunde. Unterhalte dich mal mit Alfred reden. Plaudern. Oh, halt. Komm, Mama. Oh, das stimmt. Äh, okay, mach dich? Oh, okay, wie war's? Ach, okay! Oh, super! Ja, super! Eischus. Plettos! Hahahaha. Krabosha! Haha. Hahaha. Das ist bestimmt der Pappenbewerb. Ja. Oh, ich muss hier halten. Wie soll's? Oh, ich muss hier. Ja bitte, die gohre! Du bist du auch hier? Ich bin sicher, du hast einen Wert bekommen. Du bist du musun? Das sind du. Du bist du? Du hast du? Du bist du? Du bist du? Das ist den Echtern. auch laut ja okay getränkungen Händen waschen. Warum knackt das denn im Hintergrund grad so? Ist ja nervig, aber egal. So, brauchst du deine Hände, dann hast du auch ein bisschen Hygiene, dann können wir auch gleich ein bisschen wieder nach Hause, bevor du mir hier gleich umfällst, nein, nicht hierhin gehst. Keine Aktion verfügbar, warum? Ähm, okay, ich möchte aber gerne wieder nach Hause, also möchte ich gerne ein Taxi rufen. Aha, jetzt geht's doch. Woll grad sagen. Ah, Robin ist immer noch da hinten. Hier, Robin Langer, äh, Robin Singer. Und ja. Ähm, ja, nach Hause. Das Taxi ist nur bei dir. Gut, du kannst auch gleich hier stehen bleiben. Ja, du brauchst dich mit dem unterhalten, bleib hier stehen. Taxi kommt gleich. Du sollst dich nicht unterhalten, bleib hier stehen, hier hingehen, da kommt das Taxi auch schnell. Hättest du sowieso eine Länge geschafft, dich mit dem zu unterhalten. Kannst du nach Hause gehen jetzt. So, ja, ähm, ich werd gar nicht viel lange schon aufnehmen. Aber egal. Hoffentlich hat man das Knacken im Hintergrund jetzt nicht so. Aber ist mir egal. Mich stört's grad nicht. Jetzt kommt auch wieder die Musik hier vom Ladeball um. So, da bist du wieder zu Hause. Da kannst du, ach, einmal schlafen gehen. Aber in der Zeit, wo die am Schlafen ist, geh ich mal kurz in den Baumodus, um die Küche zu verkaufen. Soll ich ja eine schöne Küche kriegen, ne? Ich könnte ja ein bisschen cheaten, aber... Ich muss ja erst verkaufen, danke jetzt erst. So. Oh, hier Theken. Welche nehmen wir denn? Nehmen wir so eine... Ich finde die eigentlich nicht schlecht, die braune. Oder so ein ganz schwarz. Passt eigentlich zum Ofen, ne? Na, der passt besser, finde ich. Da kommt auch noch eine hin. Ne, dann verrucke ich da gleich den Kühlschrank rüber. Gut. Ah, dich. Ah. Oh, war aber viel Geld jetzt. Jetzt zeigt, dass du wieder arbeiten gehst. Da brauchen wir noch eine Spüle. Da hin. Das gefällt ja auch immer das. Jetzt wollte ich aber mal etwas anderes gucken. Hm. 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 Oh, den hat er... Ne, das ist normal. Doch, den. Hammer, ne? Ach, ist mir egal. Ach, ich hätte auch den passenden Kühlschrank dazu kriegen können. Warte mal. Was kostet der denn? Boah, 1000. Kann ich mir noch was verkaufen? Hm. Die Bar, die brauchen wir eigentlich. Und dann 1500, genau. So, das würde ich mal sagen, war es dann wohl mit Geld ausgeben. Ja, aber sieht doch gut aus jetzt. Küche und so. Gott. Wie gut ausgehen, wer will denn da wieder was? Ja, okay. Ich komme ja schon. Braun? Achso, da wohnt, hier haben die Brauen. Ja, wird halt noch was hier. Aber da brauchen wir immer wieder, wenn die aufstehen. Ist ja schrecklich. Boah, ne. Auch keine Lust mit hier jetzt grad zu quatschen. Sehr gut, um zu ernten. Kannst du den, ach. Kannst du den nochmal reparieren. Ich muss auch mal duschen. Wehe, du reparierst das jetzt nicht. Das klaut die Alte einfach mal die Zeugnung, oder? Ja, hopp. Kannst du auch ausschalten. Kannst du... Ja. Mit Robin anfreunden. Kochwettbewerb gewinnen. Ja. Kannst du mal Abendessen... Spaghetti. So, dann will man das Haus nicht wieder in den Brauen setzen. Ist alles okay. Besser. Ja. Ja, du musst ja auch gleich arbeiten und so. Dann kannst du doch was. Die Fahrgermeister für Penny... Das hat ja nicht sein, dass man nicht weiß. Und... Das hat nicht anbehalten. Keine Lust. Anlage im Arsch. Aber wie sie ist wie so ein Schwein. Ach. Kannst du hier noch... Ne, was? Kannst du das benutzen? Wieso räumst du das nicht weg? Ja, sauber lecken. Ne, lass mal. Haaren dran haben noch Spaß. Brauchen wir ein bisschen arbeiten. Dann geh du mal arbeiten. Ja, ich komme ja schon mal. Ja, so. Wir warten natürlich, bis sie wieder zu Hause ist. Um mal ein bisschen Geld nach Hause zu bringen. Okay. Das war jetzt etwas... Komisch, aber egal. Oh. Penny hockt in ihrem kleinen Lädchen und hört zu, wie der Regen gegen die kugelsichere Glasscheibe hämmert, als sie sich gerade intensiv mit der Frage beschäftigt, ob sie nur einen Scherzkeks oder besser eines der neuen Käsewunder probieren soll. Hält ein brandneuer Sportwagen mit quäzchenden Reifen an der Zapfsäule und... und ignorieren oder Pause machen. Und dann gehen wir erstmal in die Pause. Penny schnappt sich ihre Zeitung und lehnt sich gegen den warmen Generator. Ach... mmmm... hmmm... hmmm... mmmm... Jetzt kann ich gleich sagen, warte, warum mich jetzt erschreckt. So, kannst du das gleich abschneiden, dann kannst du den Monat ernten und danach kannst du Schlafen ernten. Da ist er auch schon wieder. Und, was hat sie? Wow, 100, egal. Du, da, 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 da. Ah, ich will sie sehen, weil sie irgendwie nicht so gut. Ja, so meine Lieben, ich würde sagen, das war es von dem Let's Play. Wir haben heute doch ein bisschen geschafft, was wir eigentlich schaffen wollten. Wir haben Donnerstag, auch heute. Heute ist nämlich der coolen Donnerstag. Die Folge kommt auch gleich noch online. Ich nehme das auch gerade ganz spontan auf, dass ihr, wenn ihr noch was zu gucken habt, und der gestrige Livestream war ja mit den YOLO-Boys. Unten in der Videobeschreibung steht der Link zu Ihrem Kanal. Und ja, schaut auch gerne alle mal vorbei. Und ja, so mein Lieben, ich würde sagen, das war es. Wenn euch die Folge hier heute gefallen hat, dann würde ich mich sehr gerne über einen Daumen nach oben freuen, ein Abo dalassen, Kommentare schreiben und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, dass ihr auch keine Videos mehr verpasst. Deswegen würde ich sagen, ich würde sagen, das war es. Bis dahin, euer Fitnessblood. Ciao.